Ihr kennt das Spiel. Legt euch schon mal die Gewichte parat, damit wir nicht so viel Umbaupausen machen müssen. Los geht's. Hören könnt ihr mich ja scheinbar. Jetzt schauen wir mal, ob das mit der Musik auch klappt. Marschieren. Side to side. Und die Schulter. Und die Arme vor. Nach oben. Und um den Arm. Erste Runde. Knie beugen. Letzte. Der V-Step. Nimm die Arme mit. Der Sprung dazu. Gleiche Seite mit Sprung. Und Seitenwechsel ohne Sprung. Mit Arme. Und wieder mit Sprung. Yes, you are. Party animal star. We're moving. If you turn me on. Get down the face. I'm gonna chase me. Gotta rock it for the love. I know what tastes is. It's no crime. You make your bite. I'm equipped tonight. I raise your tongue. Letzte Mal. Side to side. Und die Schulter. Side to side. Side to side. Side to side. noch mal die schulter boxen vor und nach oben von unten unters Kinn und wieder Knie beugen letztes Mal marschieren letztes Mal Luft holen Kampelmann erste Runde und die Wechselsprünge Kampelmann und Wechselsprünge der V-Step mit Arme und und Runde Sprung und Runde Sprung Seiten Wechsel ohne Sprung und Runde Sprung und wechseln ohne Sprung und wechseln ohne Sprung Und wieder der Sprung dazu. Letzte Mal. Die Beugen. Bleib unten. Dreh dich schon mal zur Seite. Arm nach oben. Die Ellenbogen. Drei, zwei, wechseln. Vier. Drei, zwei, wechseln. Vier, drei, zwei, und wechseln. Vier, drei, zwei, nach vorne. Knie hoch. Arm dazu. Und zweiten, wechseln. Mit Arm. Wechseln. Hände, Tee. Hoch und Tee. Und weg, Tee. Hände, Tee. Hoch und Tee. Hoch und Tee. Hoch und Tee. Hoch und Tee. Hinsport. Zweite Seite. Atmen. Die Schulter. Zweite Seite. Noch mal die Schulter. Arme vor. Oben. Beide Arme. Bleib nicht. Und rum den Arm. Marschieren. Keine Pause. Geht weiter mit den Kniebeugeln. Wir wechseln heute immer einmal Kraft, einmal Kardio ab. Immer im Wechsel. Fifty-fifty. Kann sein. So. Füße nach außen. Füße nach oben. Und Knie nach außen. Auf zwei. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Immer noch auf zwei. Und da du keine Gewichte hast, keine langen Hände, gehst du einfach tiefer runter. Ganzer Weg. Tief. 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 Bleib mal unten. Achtung. Die Spine. Zurück. Tief. Wir sind immer noch unten. Wir sind immer noch unten. Tief. Vier noch. Drei. Drei, drei, hoch auf, zwei, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, jawohl. Hoch, hoch, tief, tief. Der ganze Weg, hoch, 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 vier, drei, drei, wir bleiben unten, Minis, langsam und genießen. Wir poisieren. Komm, schön tief. Tiefer runter. Vier noch. Drei noch. Drei. Den ganzen Weg. Hoch, hoch, hoch. Immer noch. Komm, ganzer Weg. Vier noch. Neun. Bein. Bleib nochmal unten. Ein Bein wieder. Vor. Zurück. Gewicht bleibt immer auf dem Standbein. Vier. Drei. Zwei. Flexen. Komm. Dann der Endspurt. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Ganzer Weg, komm. Bis zum Ende jetzt. Wir hören nicht eher auf. Du brauchst schon mal ein Gewicht. Eine Pause. Ein Gewicht. Lange Arme. Euer Hinterteil geht runter. Und Arme dabei nach oben. Und. Eins. Drei. Drei. Hoch. Eins. Drei. Drei. Hoch. Das ist eure Pausenübung. Tief. 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 Hoch. Letzte Mal. Die Sprünge. Komm. Immer im Wechsel. Vier noch. Drei. Zwei. Let's check. Vier. Drei. Drei. Front check. Vier. Drei. Zwei. Pausenübung. Tief. 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 Hoch. Tief. 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 Hoch. Jawohl. Jawohl. Immer noch die Pausenübung. Nicht stehen bleiben. Und nicht aufhauen. Letzte Mal. Die Sprünge. Tief. 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 Pausen über. Tief, tief und hoch. Tief, tief, tief und hoch. Bis zum Ende. Wir hören nicht eher auf als die Musik. Tief, 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 hoch. Nimm dein zweites Gewicht. Kreuzheben. Keine Pause. Zwei haben wir noch. Vor der Trinkpause. Füße hüftbreit. Knie nur minimal gebeugt. Kreuzheben. Auf zwei. Und tief, tief, hoch, hoch. Gerade Rücken. Lange Arme. Keine Sorge, das wird noch anstrengender. Kiebt den Po immer ein bisschen nach hinten raus. Sieht bei uns allen gleich doof aus. Der ganze Weg. Tief, tief. schön lange Arme. Gerade Rücken. Bewegung kommt aus eurer Hüfte. Nicht aus den Knien. Hier noch. Drei, zwei. Wir bleiben unten mit den Minis. Löhnen langsam. Auch hier Bewegung aus der Hüfte. Nicht aus dem Rücken. Nicht aus den Knien. hoch, 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 hoch. Wenn du oben bist, spann den Po an. Umso mehr brennt es morgen. Wir wechseln. Hier noch. Drei. Zwei. Ein Bein. Nach hinten. Komm. Gewicht ist auf dem vorderen Bein. Das hintere Bein ist nur zur Deko da. Wir wechseln. Gibt den Po ein bisschen nach hinten. Gibt den Po ein bisschen nach hinten. Komm. Geh mal tiefer runter. Drei noch. Drei. Und wieder beide Beine auf. Drei. Tief, tief. Hoch, hoch. Tief, tief. Deine Hände müssen bis zur Mitte deines Unterschenkels. Mindestens. Tief, tief. Hoch, hoch. Wir machen keine Pause. Tief, tief. Ganzer Weg. Da brennt es schon. Bleib unten. Bleib unten. Minis. Etwas tiefer. Pulsieren. Wir sind immer noch unten. Und pulsieren. Vier noch. Drei. 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 Ganzer Weg. Hoch. Hoch. Denk dran den Po anzuspannen. Nochmal unten bleiben. Pulsieren. Baderrücken. Aus der Hüfte aus. Weiter pulsieren. Sechs noch. Tief. Fünf. Vier. Drei. Drei. Hoch. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Lass den Rücken immer noch gerade. Auch wenn es jetzt schwer fällt. Komm. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Das sind die letzten. Versprochen. Keine Pause danach. Stell nur deine Gewichte weg. Einen haben wir noch vor der Trinkpause. Kardio-Teil. Zwei. Eure Pausenübungen. Sind enge Squats. Auf zwei. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Deine Pause. Beine dürft ihr euch spüren jetzt. Der ganze Weg. Immer noch Pause. Aktive Pause. Ertel. 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 Sprung. Vier. Drei. Zwei. Die Frösche. Tief. Tief. Mehr noch. Drei. Zwei. Humpel, Männer. Komm. Vollgas. Pausenübung. Erst auf zwei. Enges Quatsch. Bleib nicht stehen. Setz dich nicht hin. Schön weitermachen. Danach gibt es eine Trinkpause. Bin ja gar nicht so. Der ganze Weg. Hoch. 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 Achtung. Ganz kurz. Vier noch. Drei. Zwei. Die Frösche. Tief. Tief. Drei noch. Zwei. Armpallmann. In Sprit. Ja. Trinkpause. Auch hier nicht hinsetzen. Bleib in Bewegung. Trink was. Tupfen. Erste Pause. Ich muss mir kurz einmal die Nase putzen. So, es geht natürlich ähnlich weiter. Trink noch zu Ende in Ruhe. Noch nicht wieder anmachen. So, wir starten mit dem Oberkörper. Und jetzt kommen auch schon mal so die ersten Gorillas dazu. Also falls du jetzt die Erhöhung nehmen möchtest, solltest du dich dorthin bewegen. Ach guck mal, ich bin schon ganz durcheinander. Natürlich brauchen wir die Gewichte. Wir machen ja den Oberkörper zunächst. Schulter. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Kombination aus Gewichten und Stützübungen. Also, nimm dir zwei Gewichte. Los geht's. Wenn ihr es hört, werdet ihr es erkennen. Oh, lange Arme. Achtung, immer ein Arme wechseln. Nach außen. Wir bleiben mit dem Gewicht. Auf Schulterhöhe. Beide Arme. Bleib außen. Wir drehen den gestreckten Arm nach vorne. Drehen, drehen, drehen. Immer noch auf Schulterhöhe. Bleib vorne. Und. Und. Und beide. Komm. Achtung, wir gehen nach unten in den Stütz. Schulter, Schulter, Knie. Schulter, Knie. Knie. Und kommt schon wieder nach oben. Komm, ihr müsst am längsten hoch sein. Wo seid ihr? Wir gehen nach unten in den Stütz. Wieder in den Stütz. Nach außen. Lange Arme. Beide Arme vorn. Hoch, hoch, tief, 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 hoch, hoch. Beide. Komm, wieder mal unten in den Stütz. Schulter, 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 Knie. Knie. Und komm nach oben. Komm. Die Gewinste müssen schon morgens wieder hoch sein. Lass gehen. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, hoch. Beide. Willkommen ein erstes Mal nach unten. Schulter, Schulter, Knie. Knie. Bleibt so lang. Jawohl. Keine Pause. Wir schieben den Gorilla hinterher. Wir schieben den Gorilla hinterher. Zwei langsame. Mach dich bereit. Ganz langsam. Tief, 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 tief. Tief, hoch, hoch. Nochmal. Mit der anderen Hand natürlich. Ihr kennt das. Der V-Step. Das ist deine Pause. Seitern wechseln. Das ist nur die Pause. Wir machen jetzt gleich doppeltes Tempo. Tief, 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 hoch, hoch. Nochmal. Und immer die Seite wechseln. Nicht, dass du nach unten gehst. Bleib mal unten. Halt. Halt. Halten. In die Schere. Komm langsam nach oben. In die Pausenübung. Tief, 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 tief. Tief, 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 tief. Nochmal. Denk immer an den Seitenwechsel. Wir bleiben unten. Die Schere. Komm, weiter. Wir gehen hoch mit dem Gorilla. Hoch, 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 hoch. Bleiben oben. Marschieren. Atmen. Wir machen noch zwei langsame zum Schluss. Einer starten mit rechts und einer mit links. Schön langsam. Tief, 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 tief. Hoch, hoch. Nochmal. Andere Seite. Kurze Umbaupause. Aber nur, um die Matte zu holen. Also, hol dir schnell deine Matte. Mehr ist es nicht. Und deine Gewichte für das Bankdrücken. Danach, sag ich schon mal vorab, müssen wir ganz schnell wieder aufstehen. Also. Macht es euch nicht zu bequem da unten. Legt euch schon mal auf den Rücken. Moment, habt ihr noch. Wir starten gleich auf zwei natürlich. Auch ist fest. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Schön auf Brusthöhe bleiben mit dem Gewicht. Nicht überm Bauch, nicht überm Hals. Hoch, hoch, tief, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Come on, girls, let's go show the guys that we know how to become number one in our hot show. Wir sind ganz schön weg. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Bleib oben in den Butterstein. Na, außen tief. Tief, 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 tief. Vier noch. Drei noch. Drei noch. Drei. Bein drücken auf drei. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Immer noch Halspibas. Immer noch Halspibas. Hoch, hoch, hoch. Ganzer Wind und hoch. Hoch, hoch. Vier noch. Drei. Bleib oben in den Butterfly. Außen tief. Vier noch. Drei noch. Drei noch. Langdrücken in der Mitte. Schön langsam. Genießt es. Komm nach oben. Achtung, wir pumpen. Und doppeltes Tempo. Komm, Vollgas. Achtung, nur unten. Und immer noch doppeltes Tempo. Und nur oben. Den ganzen Weg langsam. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Vier noch. Drei noch. Zwei. Jetzt kommt das besagte. Schnelle Aufstehen. Komm. Ihr habt nicht viel Zeit. Matte zur Seite. Na, seid ihr schon oben? Dann geht es direkt weiter. Guck mal, so viel Zeit habe ich euch gelassen. War viel zu viel. Mit Cardio. Nimm schon mal die Arme nach oben. Bexzen. Vier. Drei. Zwei. Wexzen. Vier. Drei. Zwei. Wexzen. Zwei. Wexzen. Vier. Drei. Zwei. Wir laufen auf der Stelle. Acht bei Pies. Super schnell. Mach dich bereit. Sprung. Sprung. Vier noch. Drei. Zwei. Bleib unten. Bergsteiger. In schnell. Die Schere. Komm langsam nach oben. Marschieren. Atmen. Natürlich machen wir das nochmal. Und jetzt mit ein bisschen mehr Dynamik. Achtung. Wir starten. Vier. Drei. Zwei. Wechseln. Vier. Drei. Zwei. Wechseln. Nur vier. Drei. Drei. Wechseln. Drei. Drei. Dauf nach oben. Acht bei Pies. Los geht's. Sprung. Sprung. Drei. Vier noch. Einer. Drei. Dein Rücken. Bergsteiger. Viel schwerer. Das ist dein Sport. Jawohl. Nimm dir wieder deine Matte. Wir machen keine Pause. Die gibt es erst danach wieder. Komm. Auch. Den schaffen wir noch vor der Pause. Und dann machen wir noch vor der Pause. Crunches. Auf eins. Hoch. Hoch. Ich weiß, allein die Positionswechsel sind schon anstrengend heute. Aber das macht nichts. Hoch. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Meine Reha-Sportler, die meckern auch immer darüber. Hoch. Hoch. Immer noch. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Noch. Auf eins. Hoch. Hoch. Noch mal. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Achtung, wir gehen hoch auf vier, eins, zwei, drei, vier, tief, 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 eins, zwei, drei, vier, eins, stopp, tief, vier, lass den Rücken gerade, komm. Dann vor und zurück, durchhalten, abschutzen, komm langsam nach unten, die Strecke, diagonal, komm. Vier noch, drei, zwei, das Knie dazu. Vier noch, eins, gestrecktes Bein, wir bleiben hier, drei noch, zwei noch, Seitenwechsel, vier, drei, zwei. Wir starten von vorne, Crunches, auf eins, wir machen keine Pause, komm, hoch, 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 auf zwei, hoch, hoch, tief, hoch, hoch, tief, tief. Noch mal, auf eins. Schulterblätter müssen mit hoch, den Kopf bewegen, das ist geschummelt. Achtung, hoch, hoch, auf vier, eins, zwei, drei, vier, tief, 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 hoch, 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 tief, stopp. Mini ist hier, komm. Draht, gerade Rücken und euch ein bisschen tiefer. Ver webpage auch zittern. Komm langsam nach unten, die Schrägen, föhn, diagonal, sich rollen, schön hoch die Schultern. Vier noch, eins, das Knie dazu, vier noch, drei, zwei, bestrecktes Bein, vier, drei, zwei, wechseln, vier, drei, zwei, wechseln, bis zum Schluss, komm, danach gibt es eine kleine Trinkpause vor dem Endspurt, hoch, 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 die letzten, nicht aufhören, nicht aufhören, komm, das sind wirklich die allerletzten jetzt, versprochen, jawohl, so, trink schnell was, kannst du auch langsam was trinken, wir starten den Endspurt, die Matte kann ein bisschen zur Seite, die brauchen wir nur zum Cooldown wieder, wir bringen den Puls nochmal nach oben, mit unseren Börpel-Männern, ich muss das Headset jetzt zur Seite legen, ich werde laut genug schreien, damit ihr mich noch hört, aber sonst verliere ich es im Galopp, das wollen wir ja nicht, ich hoffe, dass es so klappt, also Börpel-Männer, als letztes, trink nochmal eben was, so könnte es vielleicht klappen, ne? Okay. Okay. I ain't happy. I ain't happy. Die andere! Die andere! Drei noch! Drei noch! Eine! Die andere! Drei noch! 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 Vielen Dank. Schönen, fünf, elf, zehn, neun, acht, komm, sieben, sechs, acht, fünf, zehn, und vier, drei, noch, 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 Der Puls darf oben sein. Den bringen wir zusammen gleich runter. Der Puls muss bitte oben sein. Jetzt werde er mich auch wieder schnaufen. Komm langsam in den Kniestand. Wir bringen den Puls gemeinsam runter. Ein Fuß ist vorne. Becken nach vorne. Öffne die Arme. Brustbein raus. Bleib schön vorne mit dem Becken. Langsam zurück. Und wechseln. Becken vor. Und wieder öffnen. Brustbein schön rausschieben. Schultern runter. Nase ein. Mund aus. Komm langsam zurück. In den Vierfüßlerstand. Ein Fuß nach hinten. Dehn deine Wade. Knie ist ganz gestreckt. Schieb ruhig den ganzen Körper nach hinten. Ferse über die Fußspitze. Und wechseln. Atme immer noch durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. und komm langsam hoch in den Kniestand, in deinen Rumpf. Denk an die Atmung. Denk an die Atmung. Wechseln. Und komm langsam nach oben. Schultern kreisen. Schön langsam. Lass sie unten. Kopf zur Seite. Und wechseln. Zur Mitte. Nach unten. Aufrichtend. Den Arm kreuzen. Kopf nochmal zur Seite. Und wechseln. Komm in der Mitte tief, in deine Oberschenkel-Innenseite, aufrichten, Füße gerade, Hand zum Boden, die Hand nach oben und schau hinterher und halten. Atmen, aufrichten, tief, und nach oben und halten, beide Hände tief auf den Boden, atmen, schau nachher an deine Beine, bring die Füße zusammen, Arme nach oben, atme ein, durch die Nase, Mund aus, Nase ein, Mund aus, ein letztes Mal, Nase ein, Mund aus, Ihr habt es geschafft, Dankeschön!